Hallo ihr meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grow Up. Ja, letzte Folge sind wir ja schon wieder ein bisschen reingekommen in das Ganze. Und jetzt geht's weiter. Hier, die Herausforderung nervt mich. Ich hab jetzt auch übrigens auf der Karte gerade mal kurz noch mal so ein bisschen rumgeswitcht, wo wir schon mal überall waren. Und ich weiß zumindest schon mal grob, wo wir als nächstes dann hingehen. Aber das erste Mal geht's los. Super Start. Einmal frei. So muss das sein. So, direkt hart einschlagen. Hart. Nicht zu hart. Ja, das war ein Scheißer. So ist gut. Gut, das haben wir schon mal nicht verpasst dieses Mal. Okay, gut. Da sind wir gut dabei. So, jetzt holen wir uns erstmal das hier. Einmal frei. So muss das sein. So, und jetzt. So, jetzt muss ich nur noch das hier. Holen. Und rüber. Komm schon. So ist gut. Perfekt. Und hinunter. Ja, so ist einmal frei. Komm schon, wir liegen gut in der Zeit. Diesmal könnte ich's schaffen. Raus weg. Die Ollen wollten mich behindern, da. Die komischen Summsilz. Komm, 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 komm. Ja, das ist der letzte. Yes. 20. Wir haben die Hälfte aller Herausforderungen. Nice. Sehr, sehr, sehr schön. So. Ähm. Jetzt bin ich allerdings gerade mal kurz selber am gucken. Ähm. Weil. Welche Richtung waren das jetzt? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Also, wir waren jetzt hier oben. Genau. So. Ähm. Einen Moment. So. Ich hatte mich umgeguckt. Und ich glaube, es war diese Insel. Ne. Auf der Insel waren wir. Wo war denn jetzt? Ich hab noch irgendwo gerade eine Insel gesehen, wo wir auf jeden Fall nicht waren. Ja, genau. Hier. Das da da. Genau. Hier waren wir definitiv noch gar nicht. Und hier. Hier weiß ich's nicht. Ehrlich gesagt. Hier weiß ich's wirklich nicht. Aber. Es sieht so aus, als wäre hier auch nix. Also, ich kann ja jetzt nix sehen. Okay. Äh. Wenn nicht. Wer hat man's merkt. Früher oder später. Aber irgendwo war da noch irgendwas, wo wir nicht waren. Das waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Hier waren wir noch nicht so in dem Bereich. Die Herausforderung haben wir gemacht. Doch. Klar waren wir hier. Aber die Herausforderung habe ich ja... Ach. Da ist auch noch ein Kristall. Ah. Okay. Wisst ihr was? Warte mal. Dann markiere ich mir mal das. Und dann gehen wir da einfach mal hin. Oh Gott. Das ist ja wieder am ganzen anderen Ende vom Planeten. So. Von hier aus sieht es wunderschön aus. Das Ganze. Muss ich zugeben. So. So. Da drüben. Das... Da waren wir. Ne? Ich guck lieber trotzdem mal kurz auf die Karte. Sicher ist sicher. Ja. Ja. Der ist aktiviert. Dann... Ja. Und da unten ist aber noch eine Herausforderung. Die wir noch nicht haben. Vielleicht sollten wir erstmal die machen, bevor ich... Ach, da ist... Oh. Jetzt hat es gerade geleckt. Da ist auch... Genau. Das war die Insel hier. Da wollte ich hin. Das war das, wo ich noch gar nicht war. Genau. Okay. Ja. Dann machen wir das einfach. Dann ziehen wir das so durch. Okay. Dann markiere ich doch über den hier. Hallo? Kamera? Sehr schön. Anlöp! Oder arbeiten wir uns da von oben nach unten durch? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Jetzt, wo ich gerade E-Show hier oben bin, wäre es vielleicht eine Möglichkeit. Okay. Warte mal. Wir fangen mal. Aber hier waren wir ja auch schon. Ja. Und hier drüben, diese einsame, kleine, schwebende Insel. Verbirgst du noch etwas vor mir? Sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir hin. Free for all! Free for all! Höhenverlust! Höhenverlust! Keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Und... Zack! Yeah! So. Okay. Jetzt geht's... Hä? Oh, ist das fies! Oh, das ist fies! Das habe ich gar nicht gesehen, dass es dahinter geht. Das ist mies. Okay. Gut. Aber ich probiere es trotzdem natürlich. Hier sieht es aber auch nicht so aus. Das wäre wie hier schon mal gewesen. Okay. Jetzt geht es da drüber. Ich hoffe überhaupt, dass ich den richtigen Weg gerade benutze. Ach. Ach, das war's. Sehr schön. Okay, cool. Das hätten wir geschafft. So. Und jetzt fliege ich noch ganz kurz hier eine Runde drüber. Ich weiß, hier waren wir auf jeden Fall. Ja. Ja. Hier waren wir auf jeden Fall. Hier dürfte gar nichts mehr sein. So. Jetzt war ja hier unten irgendwo die Herausforderung von gerade eben. Wenn ich mich nicht täusche. Ich täusche mich öfter mal. Wo war die denn jetzt? Aber da drüben ist auf jeden Fall die Insel, wo ich hinwolle. Dann gehen wir da jetzt auch hin. Da ist nichts mehr. Na, die heraus... Ah, das war die von gerade eben. Okay. Gut, gut, gut. So. Immer mal die Augen aufhalten, ob man vielleicht von oben hier irgendwas sieht. Weil gerade im Eis sind die Kristalle teilweise echt schwer zu sehen. Aber hier sehe ich jetzt nichts. Okay, gut. Dann hier oben war noch ein Telerouter. Genau. Und zack. Yeah. So. Den aktivieren wir mal. Ach ja, genau. Wir haben ja unseren Kristallsensor. Den habe ich ja total vergessen. Unten rechts in der Ecke. Den habe ich total vergessen. Wir haben ja unseren Kristallsensor. Zeigt uns ja immer an, wenn irgendwo was in der Nähe ist. Oh ja. Hier wird es... Hier wird es gerade ein bisschen wärmer. Also irgendwo in der Nähe ist was. Hier ist es nicht. Irgendwo da in der Nähe soll noch ein Kristall sein. Aber ich sehe ihn jetzt halt leider auch gar nicht. Wie kann der denn sein? Wie kann der denn sein? Wir müssen sowieso die Herausforderung hier erstmal machen. Okay. Komm, Bart. Enttäusch mich jetzt nicht. Ah, komm. Jetpack. Himmel. War's das? Nee, natürlich nicht. Was? Hallo? Drehst du dich mal um? Macht heute wieder was er will, dieser Bart. So, natürlich sind da wieder zwei. Ja, habt ihr das gesehen? Das war cool, oder? Scheiße, die Wolke da stört gerade. Immens. Boah, Wolke verpiss dich. Komm schon. Yes. So. Boah. Jetzt erstmal kurz hier chillen. So. Okay. Ähm. Hier ist kein Kristall in der Nähe. Ich habe total vergessen, was wir mit den Kristallsensoren. So. Hier ist auch nichts. Aber wir haben gemerkt, als wir hier vorbeigesegelt sind, war irgendwo irgendwas. So. Moment. Hier haben wir jetzt einen Strich. Das heißt, wir kommen näher. Hier haben wir... Hier haben wir noch nichts. Kein Kontakt. Hier haben wir zwei Striche. So. Jetzt kommt es drauf an. Welche Richtung? Welche Richtung? Ich probiere es mal in die Richtung. Ich glaube, in die Richtung ist gut. Sag ich mal. Bis jetzt wurde der Empfang noch nicht schlechter. Ich sehe aber auch noch nichts. Er hat drei Striche. Hier waren gerade drei. Hä? Sag mal. Bin ich doof? Halt. Moment. Hä? Ich darf... Das Problem ist, ich darf nicht ins Wasser. Hä? Folgt mich das Spiel gerade? Wow. Oder geht es hier rein? Nö, da geht es nicht rein. Hä? Okay, jetzt bin ich aber echt verwirrt. Weil wo soll denn das hier sonst sein? Hä? Hä? Hier haben wir nur drei? Warte mal. Haben wir nicht diese Seerosenblätter irgendwo gehabt? Ah, die alten Dinger haben wir natürlich auch. Die gehen aber hier nicht auf. So, da haben wir sie doch. Oh oh. Hier haben wir wieder nur zwei. Hey, Momentchen mal. Kann das sein? Ne, hier ist... Hier ist aber auch nichts. Auf jeden Fall, das Spiel verarscht mich. Warte mal, warte mal, warte mal. Aha. Diese kleine Insel hier. Geht das? Ja, hier können wir sein. Hier ist noch drei Sterne. Aber hier ist doch nichts. Ich gucke jetzt mal kurz auf der Karte, weil... Hä? Oder... Oder ist er hier? Zählt das auch? Nee. Da ist er! Konnte ich den denn jetzt nicht sehen? Sorry. Den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Ich sehe allgemein gerade nichts. Ah, da drüben. Komm her zu mir! Wie konnte ich den vorhin nicht sehen? Aber hier ist schon wieder irgendwo einer in der Nähe. Verdammt! So, jetzt bleibt mir natürlich wieder die Frage, welche Richtung... Ich gucke mal, was in die Richtung passiert. Da drüben ist er. Ich sehe einen. Da ist doch einer. Komm her! Raus mit dir! Da ist immer noch einer in der Nähe. Sehr schön. Je mehr, desto besser. Mal gucken. Hier sieht es verdächtig aus. Das ist jetzt zwar nicht der Weg, den ich gehen wollte, aber... Boah, ist ja egal. Okay, hier wird der Empfang schwächer. Ja, macht Platz. So, das heißt, wir müssen in die Richtung. Auf jeden Fall. So, hier wird es stärker. Kein Geräusch bis jetzt. Das heißt, er ist wahrscheinlich hier oben. Aber da haben wir hier noch was. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Krog-Suche von Lookslike Link. Hier sieht es überall verdächtig aus. Aber hier ist nichts. Es sei denn... Ähm... Warte mal, ich kann den Radius ja bestimmt eingrenzen. Hier ist vier Sterne. Okay, vier Striche ist... Ist ganz heiß. Das heißt, der muss hier in der Nähe sein. Wahrscheinlich sehe ich nur gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Stimmt's? Das ist... Der muss da oben sein. Ah, ich hab da was gehört. Wow! Wow, wie fies! Ich höre hier was. Ich hab da irgendwo gerade was gehört. So ein kleines, glitzerndes Geräusch. Glitzerndes Geräusch, ja. Ich kann auch Geräusche hören. Äh... Geräusche sehen und Farben riechen, ne? Man, hör auf, mir die Steine hier rumzuballern. Ja, dann kann er ja nur da drin sein. Richtig? Ja. Nein, nein, die Steine, sie brechen. Ich will doch erstmal kurz hier raus. Ich will nur mal gucken, was hier ist. So. Okay. Gott, hier ist anscheinend gar nichts mehr sonst. Ist aber mies, dass man ausgerechnet von hier aus da nur so reinkommt. Aber wenn die Pflanzen hier nicht geschossen hätten, hätten wir das gar nicht gesehen. Mieses, aber gutes Level-Design. Muss ich zugeben. Ich gebe mich da doch gerne mal geschlagen. So. Jetzt nur die Frage. Wo hier? Ähm... Ich werfe mal einen Blick auf unser schlaues Kärtchen. Ähm... Hier oben weiß ich es nicht, ob da noch irgendwas ist oder nicht. Hier waren wir aber auch schon. Da. Okay, jetzt bin ich allerdings auch weit ab vom Schlag, wo ich eigentlich hin wollte. Da waren wir drin, das weiß ich. Hier unten ist Tele-Route. Wo ist denn jetzt wieder die blöde Insel hin, wo ich eigentlich hin wollte? Irgendwo war nämlich noch eine Herausforderung. Und da war auch ein Kristall in der Nähe. Wo ich dödel, hab's natürlich wieder verschwitzt. War das hier? Nee, das ist ein Tele-Router. Das ist eine Herausforderung. Da ist noch eine Herausforderung. Aber das ist alles nicht... Das ist nicht die Insel, wo ich hin wollte. Ach ja, ich bin ja übers Meer. Oh, hier oben. Ah, direkt... Warte mal, wir schweben mal kurz hier so durch. Und dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Oder ist jetzt nix. Okay. Dann würde ich mal sagen... Wir sind jetzt eh gerade in der Nähe. Dann machen wir erstmal die... Machen wir erstmal die Herausforderung. Die müsste da lang. Okay. Die sollte ja eigentlich machbar sein. Und da drüben sehe ich übrigens auch gerade noch ein Crystal. Trifft sich ja ganz gut. Den habe ich diesmal sofort... Uh, was das leuchtend ist. Aber ich weiß, die sind böse. Jetzt noch einer. Okay, vielleicht kommen wir ja hin durch die Herausforderung. Wir probieren es einfach mal. So. Welche Richtung? Da lang. Okay. Los geht's. Ah, scheiße. Komm hoch. Schnell. Bart, bitte. Stell dich doch nicht immer so an, wie so ein Hund zum AA machen. Ja, landen. Aua. Aber in die Richtung da unten wurde es gerade stärker, das Signal. Ja, hier ist es stärker geworden. Das heißt, der Kristall ist 100 pro da drüben. Ja. Der ist 100 pro wahrscheinlich hier in dieser kleinen Höhle, die so wunderbar versteckt ist. Jawohl. Komm her. Komm her. Na, also. 91 haben wir schon. Sehr, sehr gut. Ah. So, komme ich auch wieder raus? Da bläst er. So, ich wollte irgendwo hier nach oben. Da drüben. Oder? Ja. Ich glaube, es war hier. Ich kann mich allerdings auch irren. Ne, das war hier. Das war definitiv hier. Genau. So, hier zeigt es mir noch kein Kristall an in der Nähe. Das heißt, wir können hier theoretisch einfach schön brav nach oben durchfliegen. Da oben ist übrigens auch ein Tele-Router. Das heißt, wir sollten gar keine Probleme haben, falls wir mal abstürzen. Und ich weiß ganz genau, dass die Herausforderung da oben uns wieder nach unten führt. Hundertprozentig hier. Direkt durch den ganzen Kram hier wieder durch. Komische Asteroidenfelder. Mein Crystal-Symbol zeigt dir uns an, dass hier was in der Nähe ist. Und wir kommen näher. Oh yeah. Sorry. Und der letzte ist wieder den Film gesehen. Victor. Ist ja irgendwo gar nicht weit weg. Wahrscheinlich doch hier. Das sieht doch gut aus. Okay, das holen wir uns noch. Und Landanflug. Oh, Schu-Juke. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Und raus. Hallo. Rüber. So ist gut. Los. Sehr schön. Wer spielt. Hau ab. Hau ab. Hau. Sehr gut. So, ich guck mal kurz auf den Timer. Ah, okay. Ja, Zeit für die Herausforderung haben wir noch. Wenn nicht, dann nehmen wir sie uns einfach. Und los geht's. Eins, zwei, drei. Sieht so weit ganz gut aus. Nur nicht. Ich darf nur nicht an den Steinen hängen bleiben. Sonst passiert das. Komm schon. Free Fall. Boah. Da musst du ja wirklich komplett... Da musst du ja wirklich komplett durchsegeln. Okay. Also gut. Dann segeln wir hier komplett durch. Ich probier's. Ohne zu bremsen. Okay. Seh nix. Nur nicht an dem einen dummen kleinen Stein hängen bleiben, der uns gerade nicht beinahe geknüht hätte. Das wäre echt gut. So ist gut. Zack. Zack. Ja. Einmal frei. Schönes Ding, du. Das ist doch nice. Wenn das mal funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So. Hier in der Wüste. Hier waren wir, glaube ich, sogar schon mal. Ja, ich glaube, hier waren wir sogar schon. So, ich suche mir jetzt mal schnell noch den nächsten Punkt, wo wir ansetzen. Vielleicht finde ich ja wieder die Herausforderung, die ich irgendwie verloren habe. Ich kann mich echt ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wo die gewesen ist. Sorry. Das ist immer so schwer. Man verliert hier auf dieser 3D-Karte. Ah, hier ist aber noch ein Telerouter mit einem Kristall. Wisst ihr was? Das ist ein guter Punkt, um einfach mal... Äh... 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 Joa. Das ist ein guter Punkt. Hallo? Drehst du dich mal um? Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein guter Punkt, um dort zu landen, aber ich sehe jetzt gerade mal wieder rein gar nichts. Ich weiß weder, wo das jetzt wieder hin ist, noch sonst wo. Waren wir da drin? Ich weiß nicht, ich lasse mich schon wieder ablenken, aber... Ne, gerade mal... Ne, jetzt... Ah, hier ist wieder... Ne, jetzt ist der anderen... Keine Ahnung. Aber hier fliege ich trotzdem nochmal drüber, nur um sicher zu gehen, dass der Sensor nicht ausschlägt. Ja, bis jetzt tut er so. Ja, ja, suchen wir alle Schiffsteile. Das weiß ich doch. Das weiß ich, das mach mal. So, jetzt sind wir aber wieder am... Ja, jetzt sind wir wieder dort, wo wir denn vorhin waren. Das heißt, die eine Herausforderung auf der einen komischen Insel ist nicht mehr weit weg, die ich natürlich verloren habe. Hier. Äh, nicht. Aber da ist auch noch eine. Orientierung wie ein Stück Brot. Heute echt. Aber auf der Karte ist es halt auch schwierig, wegen dem 3D. Warte mal. Da waren wir. Da waren wir. Das kann doch nicht so weit weg gewesen sein. Da ist noch eine Herausforderung. Und hier ist... Hier sind noch mehr Herausforderungen. Ich glaube, hier allgemein auf der ganzen Insel hier waren wir noch nicht. Da ist nämlich noch ein Crystal. Genau, hier... Ah, hier geht's auch nach oben, okay. Ja, da waren wir noch gar nicht. Da will ich aber auch noch nicht hin, ehrlich gesagt. Da drüben waren wir... War denn das? Ich find's nicht mehr. Vielleicht hab ich's bis zur nächsten Folge gefunden. Oder... Ne, das war ja... Das war... Das muss die Insel da gewesen sein. Ja. Dann gehen wir dort hin. So. Okay. Alles klar. Dann sag ich... Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf Herausforderungen Crystal Jagd. Tschakka. Also, bis dahin. Macht's gut. Und ciao.